Hallo und herzlich willkommen in der wunderschönen Stadt Ulta. Und ja, wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Wir sind nach Ulta gekommen, haben mit Raubahn geredet, haben ihnen die Nachricht überbracht. Ja, und nun setzen wir auf die Stufen, wo ich zuletzt noch mein Subnate gemacht habe. Und ja, nun können wir weitergehen. Ich hoffe, wir sind alle fit und früh schon am Start. So, ich kann hier noch was Neues ausrüsten. So, hallo Bartholomee. Wir kümmern uns natürlich jetzt erstmal wieder hier um die Quests. Beziehungsweise versuche ich jetzt, soweit es noch irgendwie geht, weiterzumachen. Juhu. Nein! Nein! Oh Gott, so. Ah, die Gesandte. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Aufenthalt im Sultanat. Wenn ich mir die Frage erlauben darf, hast du vor, in nächster Zeit nach Limsa-Lominse zu reisen? Wenn dem so sein sollte, hätte ich Informationen, die dich interessieren könnten. Ich habe den Phoenix-General auf einer offiziellen Visite nach Limsa begleitet. Zu dieser Zeit habe ich Baderon, den Besitzer der Schenkel, zur Ertränkensorge kennengelernt. Dieser Mann hat mir gerade die Nachricht zukommen lassen, dass er einen Auftrag für eine fähige Abenteuerin hätte. Ich könnte mir kaum jemanden geeigneteren als dich vorstellen. Baderon wäre sicherlich hoch Erfolg, wenn du ihm hilfst. Ja, jetzt müssten wir rein theoretisch wieder mit Baderon sprechen. Aber wir haben ja gesagt, dass wir zusehen, dass wir zumindest, 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 die ganzen Klassen, die es hier noch so gibt, uns holen werden. Das haben wir gesagt. Das werden wir auch tun. Die Frage ist jetzt natürlich, wo war nochmal der Weg dahin? Ich habe einen Orientierungssinn in dieser Stadt. Das ist... Okay, zu der Gede, wo ich eigentlich hin muss, bin ich gerade falsch gelaufen. Aber das ist kein großer Umblick. Ähm, Ulda ist sehr komplex. Also, sich in Ulda zurechtzufinden ist schon eine kleine Kunst. Wollen wir, weil es halt alles gleich aussieht, finde ich. Ähnlich wie in Limsa. So, aber wir sind Gott sei Dank direkt bei der Gilde, wo ich hinwollte. Und zwar bei der Gladiatoren-Gilde. Da sind wir nämlich genau richtig. Hallöchen. Ja, hier haben wir wieder das übliche Geplänkel. Blablabla, 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 blablabla. Äh, hallo, du bist das wieder. Hast du dich doch noch entschlossen, den ruhmreichen Vater eines Gladiators zu beschreiten? Jep. Hervorragende Entscheidung. Du wirst sie nicht bereuen. Geh doch gleich rüber zum Übungsplatz und sprich mit den Meister Mila. Sie wird sich in die Mangel nehmen. Ich meine, die dich willkommen heißen. Ganz eh und sehe, wirst du niemanden finden, der Schwert und Schild so kühn und kunstvoll fühlt wie sie. Bestimmt gibt es keine schönere Gildenmeisterin. Nicht so schüchtern. Sie steht gleich hinter dir am Übungsplatz. Naja, okay, so schön finde ich sie jetzt nicht. Sie guckt relativ grimmig. Aber naja. So, so, du bist also die Neue. Luluzo hat mir schon von dir erzählt. Esch. Nicht wahr? Ich freue... Äh, Eschkoran, nicht wahr? Ich freue mich, dass du den Weg ins Kolosseum gefunden hast. Ich bin Gildenmeisterin Mila. Mila. Unter all den Waffen, die Abenteurer üblicherweise in ihrem Arsenal haben, hast du ausgerechnet das Schwert ausgesucht. Warum, das will ich dich nicht fragen. Lass mir nur so viel sagen. Der Schwert ist eine schlichte Waffe. Aber das bedeutet nicht, dass es leicht zu handhaben ist. Im Gegenteil, es ist so vielfältig einsetzbar, dass es ein ganzes Leben dauern kann, es vollkommen zu beherrschen. Wenn du denn noch bereit bist, dich in der Schwertkunst zu widmen und aufrichtig zu trainieren, heiße ich dich in den Rängen der Gladiatoren willkommen. Wie sieht es aus? Bist du bereit? Ja. Sind wir. Ich mag deine Entschlossenheit. Ich begrüße dich in den Rängen der Gladiatoren. Lass uns keine kostbare Zeit verschwenden und gleich mit der Ausbildung beginnen. Nimm dieses Kurzschwert, die traditionelle Waffe der Gladiatoren-Schüler. Sein vierjähriger Besitzer, sagen wir, er braucht es nicht mehr. Brüste dich mit dem Kurzschwert aus und zeig mir, wie es dir steht. Das tun wir. Gerne. Immer her damit. So, wir haben den Gladiatoren freigespielt. So. Und jetzt können wir einmal optimieren. Huch. Nein, jetzt habe ich... Warte mal. Warte mal. Ja. Jetzt habe ich auf dem Druin plötzlich einen Tank gemacht hier. Äh. So. Und. Anlegen. Druide. Druide. So. Ja, okay. Nett. Äh. Gladiator. Perfekt. Jetzt haben wir auch das, oder die Kletze, die ich eigentlich ganz am Anfang auswählen wollte. Was ich eigentlich, eigentlich werden wollte. Die haben wir jetzt. Das ist unser guter Gladiator hier. Was eigentlich auch ganz nice aussieht. So. Dann nehmen wir doch mal die Quest an. Na also, du siehst schon aus wie eine gestandene Gladiatorin. Oh Gott. Das ist das fein. Jetzt. Kommen wir also zu deiner ersten Übung. Das Schwert schlägt dir nicht nur zur Tiere da. Geh vor die Tore. Das Scherz und erschlage ich weiß. Drei Sternen, Murmelhörnchen, Riesenhörnchen und Schnappspitzmull. Natürlich mit dem Schwert. Jedes Monster hat seine eigenen Stärken und Schwächen, von denen du dir etwas für deinen Schwertkunst abschauen kannst. So, und im Vergleich zum letzten Mal, wo wir in Cretania waren, nehme ich hier die Nebenquests direkt an, wenn wir vorbeigehen. Äh, bist du gekommen, um mir Glück zu wünschen? Das weiß ich zu schätzen, aber es besteht kein Grund zur Sorge. Was? Du weißt, wie ich bin? Der nächste große Star im Kolosseum. Tatsariku ist mein Name und du wirst in den kommenden Tagen noch viel von mir hören. Ich habe mir sogar schon einen Titel für mich ausgesucht. Der Granat Gladiator. Ah, dabei fällt mir etwas ein. Ich muss doch immer den Stirnreif abholen, den ich bei der Goldschmiedegilde in Auftrag gegeben habe. Würde es hier etwas ausmachen, ihn für mich abzuholen? Dann habe ich auch noch eine. Na, sieh mal eine an. Eine Abenteurerin, wie sie im Buch steht. Genau die richtige für diesen brandgefährlichen Job. Keine Ahnung, ob es eine Folge der Klimaveränderung nach der Katastrophe ist oder so. Aber in letzter Zeit vermehren sich die Marienkäfer draußen vor der Stadt, wie Gil in den Taschen der Sustana. Im westlichen Tarnalan kann man kaum einen Fuß vor den anderen setzen, ohne Angst haben zu müssen, auf einen der elenden Viecher abzurutschen. Für furchtlose Recken, für uns und dich natürlich, ein paar Wunschteile. Aber so manche Händler mit Intomophobie dürfen beim Anblick dieser Insekten gewimmelt das kalte Grausen packen. Die Kaufleute aber brauchen wir hier in Urdam. Die Stadt lebt schließlich zu einem großen Teil von Handel. Wenn du die Käferpopulation da draußen also etwas dezimieren könntest, wäre ich dir ziemlich dankbar. Viel weniger von den Biestern wäre schon ein Anfang. Okay. Hier haben wir auch noch was. Wah! Du da! Was erlaubst du dir? Ehe Leute wie mich zu stören. Leute wie du sollten eine Dame wie mich nicht einmal anschauen. Welch Schock! Welch unsaglich Anmaßung! Und nun sie, die wie all mein Gil über den Boden verstreut sind. Das hast du nur getan. Heb sie sofort auf! Lol. Einfach nur lol. Naja, okay. Äh. Nein, ich habe ein paar Food entfernt. Manchmal ist man echt... Oh. Manchmal ist man echt blöd. Einmal. Noch einmal bitte. So. Hier. Du hast es wohl doch nicht gewagt. Etwas davon will ich es behalten, oder? Gib mir meine Besitzteile sofort. Hm. Das scheint alles zu sein. Dennoch verstehe ich nicht, wie du es wagen kannst, mich anzusprechen. Ich muss mich für eine Witzfigur halten. Ich dachte immer, selbst gewöhnliche Abenteuer wären Weltgewandter. Nur die Moral von der Geschichte. Heutzutage kann man sich auf nichts mehr verlassen. Pah. Was für eine Schnippe. im wahrsten Sinne des Wortes. Ne. Naja. Jetzt muss es auch solche Leute geben, ne? Das lernen wir immer wieder. Ja. So. Jetzt sind wir auch das erste Mal hier draußen. Mit freiem Himmel. Dann harmonisieren wir das hier noch einmal. Gehen wir hier einmal hinein. Wir reden einmal kurz mit dem Rasmus. Sehr gegrüßt, Abenteuerin. Sicher brennst du darauf, die Welt da draußen zu erkunden. Dann hätte ich vielleicht einen interessanten Auftrag für dich. Ich stelle derzeit ein umfassendes Kompendium zusammen, das Forschern wie Abenteuer auf ihren Reisen durch Tarnalan bei der Bestimmung von Monsterspiels das helfen soll. Dann was sagst du zu meinem Erasmus-Projekt? Leider bereiten mir die scheuen Mummelhörnchen Probleme. Einfach zu flink, als dass ich ihrer Farbe habhaft werden könnte. Daher möchte ich dich bitten, fünf Exemplare von ihnen zu erledigen, um mir Proben ihres Flutes zu bringen. Mummelhörnchen sind weit verbreitet, doch die meisten findest du, wenn du von hier aus das neue Sultana-Tor durchschreitest, ins westliche Tarnalan begibst. Möge auch schon nicht der Holz sein. Okay. Hier ist einfach wieder Tarmatur, 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 Tarmatur. Ja, gelappt, gelappt, labber. So, hi. Nun, am Torian, möchtest du unserer Gelle beitreten, oder wirst du ihnen weiterhin das Drängen des ungeduldigen Schicklers ignorieren? Nein? Für wahr, eine weise Entscheidung. Als Vorbereitung auf deine Aufnahme musst du die Bände fundamentale Prinzipien der Taumaturgie verinnerlichen. Alle 108. Zumindest hättest du das gemusst, wenn solche Erfordernisse nicht abgeschafft worden wären. Zu abschreckend für Neulinge, hat es geheißen. Du wirst also auf die gebündete Weisheit unseres vielen Meisters verlassen müssen. Davon haben wir fünf, musst du wissen. Alle sein Brüder aus dem gleichen Haus. Sie alle strahlen eine enorme Autorität aus. Aber es ist die der Älteste von ihnen, der, wenn nötig, für die gesamte Gilde spricht. Meister Koko Kokobi Koko Kokobigo glaube ich. Der Weisheit Ja, okay. Wir fragen einfach nicht. Wer? Was? Oh, Beitals vom Trommelfillen. Junge Frau, hat deine Mutter dir nie beigebracht, deine Taumaturgie nicht so zu erschrecken? Sieh nur dieses wert, erwartungsvolle Gesicht an Kokobigo. Diese Dame ist offensichtlich eine neue Bewerberin, die einem auch Jens bei unseren ältesten Brüdern wünscht. Oh, Prä Prä Latin Jajake. Sie kann alle 307 Verse aus Bestattungsritualen für tugendhafte Gefallen rezitieren. Weil die einfache Aufgabe, sich unseren Namen zu merken, überfordert sie. Hahaha. Nun, ich zumindest finde die endlose Verwechslung höchst unterhaltsam. Ich bitte um Verzeihung, werte Dame. Meine Belustigung galt nicht eurem Fehler. Ihr solltet mit unserem Bruder Kokobuki sprechen. Lol. Nanu, Tal hat eine neue Aspirantin zu uns geführt. Ah, Kokobuki. Warst du schon die ganze Zeit über hier? Sehr gegrüßt, junge Frau. Ich bin Kokobuki, der Älteste und, so wage ich zu behaupten, der Weiseste der Fünfmeister der Taumaturngilde. Es obliegt mir, unsere angehenden Mitglieder mit unseren Lehren vertraut zu machen. Der bitte ich um deine volle Aufmerksamkeit. Daum, Talmaturgie kann Verwüstung von gewaltigen Ausmaßen verursachen. Die tödliche Kraft unserer Sprüche übersteigt, die zerstörerischen Fähigkeiten anderer Formen der Arkadenmanipulation bei weitem. Feuer, Blitz, Eis, Schaff. Talmaturg verfügt über ein beeindruckendes Arsenal offensiver Zauberformeln, um Kontrahenten kampfumfähig zu machen oder sich ihrer direkt zu entledigen. Öffne deinen Geist für unsere magischen Lehren und auch du wirst schon bald die Beispielslosung acht unserer Disziplin in den Händen halten. Hmm, natürlich hat solche eine Macht auch ihren Preis. Du musst gewissern, die kopfüber in die verbotenen Abgründe der taumaturgischen Geheimnisse zu stürzen. Denn Fortschritte sind in dieser Disziplin nur durch die Erfüllung tödlicher und schrecklicher Prüfungen zu erzielen. Ich frage dich nun an Wetterin. bist du bereit, sich in den Abgrund zu stürzen und um unvergleichliche Macht anzustreben? Äh, ja. Eigentlich, aber ja. Hmm, hmm, hmm. Deine Selbstbewusst antwortet dein Name bitte. Freut mich, Ash. So wollen wir die Einführung mit zwei äußerst praktischen Gaben würdigen. Meine erste Gabe an dich ist eine Erweiterung deines Bestialiums und Einträge von Geeklen, die für deine Ausbildung zur Taumaturg besonders eignen. Meine zweite Gabe ist dieses Zepter. Eine Waffe, mit der du die zerstörerische Kraft auf deinem Wind fokussieren kannst. Hast du Geduld, damit, äh, hast du geglaubt, damit wäre die Einführung vorbei? Meine lieben Kollegen, wir haben gerade erst begonnen. Nimm deine neue Waffe in die Hand und ich werde dich in deine erste Prüfung unterziehen. Sehr gut. Juhu, Taumaturg freigespielt. Geil. So. Und der bin ja schon wieder. So, nun legen wir das für den Taumaturg einmal an und machen hier einmal den Taumaturg. Äh, das muss dann, ja doch, das kommt da mit hin. Ich musste gerade kurz überlegen, aber das muss da mit rein. Wir sehen schon, wir müssen hier auf jeden Fall ein bisschen was wieder wegpacken. Also es wird Zeit. Wollen wir zusammen hier jetzt, ne? Wund holen. Ui, ui. Okay. Äh, Kokobuki. Hm, hm, hm. Dieses Zepter passt gut zu dem lebhaften Wunsch, nachzulassen Störer aus der Macht, der dir ins Gesicht geschrieben steht. Nun lass uns deine Einführung mit einer Prüfung abschließen und deine Fähigkeiten für die kanalisieren für das kanalisieren von Taumaturgie auf die Probe stellen. Dieses Land hat Riesenhörnissen, Sternen, Murmellhörnchen und Schnappspitzmulle im Überfluss. Übert deine magische Macht aus und erlege jeweils drei dieser Kreaturen bevor du zu mir zurückkehrst. Okay. So. Dann haben wir insgesamt nur noch eine Klasse, die uns fehlt. Also wir haben noch mehr Klasse, die uns fehlt. Eine Klasse, die wir noch von Anfang an spielen können. Also von Level 1 an. Das wird gut. Was sind das die eigentlich für Waffen? Okay. Nur sowas. Das für Reparaturen. Wir haben ja auf jeden Fall eine ganze Reihe an Sachen, die wir hier auch wieder machen können. Am aller, allerwichtigsten ist erst einmal, dass wir uns hier harmonisieren. Ganz, ganz wichtig. So, denn jetzt haben wir auch die Nightcrawl sind hier mit drin. Weil sie sehr gut ist. Und hier ist einfach noch eine normale Quest. Hallo meine Liebe, was führt dich zur Gehle der Faustkämpfer? Steht dieser Sinn, er hat das körperliche Betätigung? Oder sollst du etwas wie ich zwar, äh, du bist wie ich zwar nicht in den vollsten, dafür aber Faustdecken in den Ohren haben? Bist du eher die Frau mit dem Riecher für ein gutes Geschäft? Ja, kommen wir vielleicht ins selbiges. Ich trabe nämlich Regenhandel mit den Faustkämpfern und versorge sie zum Beispiel mit Handschuhen und Brustschützern aus Leder. Ja, dann ist letzteres zur Zeit rar am Markt. Wenn ich die hohen Rennepreise dort zahle, kann ich genauso gut direkt Konkurs anmelden. Wenn du mir dabei ein paar Fälle von Schnapsspitzmullen besorgen könntest, sähe die Sache schon anders aus. Für dich würde natürlich ein angemessen Anteil dabei rausspringen. Kaufmännisches Ehrenwort. Schnapsspitzmulle laufen im zentralen Tallerland in Scharen rum. Für ausreichend Rohstoff ist also gesorgt. Wie du den Rohstoff abbaust, überlässt ich dir. Das wird dir wird schon was einfallen. Na, mal sehen. Na, mal sehen. So, und jetzt holen wir uns die letzte Klasse. Ah, ist wieder so ein blödes Gelaber. Ich wollte gerade sagen, am wenigsten, aber nein. Äh, wir sind bereit, beizutreten. Meister Hamon gilt als einer der besten Faustkämpfer unserer Zeit. Lange Zeit bestimmte er das Geschehen im Kolosseum als Götterfaust. Nach Belieben, aber inzwischen hat er sich zur Ruhe gesetzt und zieht es vor, aufstrebende Kämpferinnen wie dich auszubilden. Du findest ihn bei deinen Schützlingen dort drüben. Geh und zeig ihm den Kampfeswind, der ihn gesteckt. Okay. Wird auch Zeit, dass du hier aufkreuzt. Und was hält die Tänzerin von meinem Angebot? Äh, hä? Du bist ja gar nicht mein Laufbursche. Es gibt keine Tänzerin. Hat es sie gegeben? Ich tue nichts Unanständiges. Ich schwöre es bei den Göttern. Wie? Du möchtest unserer Gilde beitreten? Warum sagst du das ich gleich? In meinem Funktion als Gildenmeister werde ich dir die Grundlagen des Faustkämpfers beibringen. Durch rigoroses Training formt ein Faustkämpfer seine Gliedmaßen zu verheerenden Waffen. Aber es geht nicht darum, möglichst viel Schaden mit einem einzigen Schlag anzurichten, sondern vielmehr seine Gegner mit Beweglichkeit und Liss zu besiegen. Und an meiner Aufsicht wirst du nicht nur die Schlagtechnik meistern. Du wirst doch lernen, die aneinander zu reihen, um einen endlosen Wirbel aus Schlägen zu entfachen. Denn es sind die Schlagkombinationen, die das wahre Potenzial eines Faustkämpfers ausmahnen. Sieh her! Ja. Ja. Dieser Vortrag wird ganz schön erschöpft. Du solltest mehr reden, Mädel. Dann käme ich auch mal zum Luftton. Aber wo war ich? Ach ja, richtig. Bevor du das beitragst, muss ich dich warnen, dass der Weg des Faustkampf was lang und beschwerlich ist. Glaubst du ernsthaft, dass du es in dir hast, über die volle Distanz zu gehen? Sehr ehrlich, zu dir selbst. Ja. Ja, du hast Kampfeswind. Ich sehe es in deinen Augen. Ich wüsste keinen Grund, dich nicht in diese Hallen aufzunehmen. Wir kommen in der Gilde, Mädel. Um dir ein wenig unter die Arme zu greifen, habe ich meinem Bestial um einige Namen hinzugefügt. Gegner, an denen du dich im Faustkampf üben kannst. Um nur meine ordentlichen Faustkämpfern aus dir zu machen, habe ich hier ein paar Horas für dich. Sie sind schon eine Spur alt und rostig, aber das macht sie umso einschüchterner, denke ich. Nun, ich würde dir gerne deinen ersten Auftrag erteilen. Leg die Horas an und sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Okay. Achso. Ah, okay, das ist ja so viel in Taumatoren, wo wir schon vor zwei sind. Licht, Feuer und Schatteneis. Licht, Feuer und Schatteis sind spezielle Statuseffekte, die es Taumatoren erlauben, durchgehend und hohen Schaden zu verursachen. Zugleich ihre Empere werden zu schonen. Beim Einsatz eines Feuerzaubers erhält ein Taumatog den Effekt von Lichtfeuer, der den Attackewert, aber auch die MP-Kosten seiner Feuerzauber erhöht. Die natürlich oder durch Status bedingte MP-Regeneration ist ausgesetzt. Auf der anderen Seite senkt er den Attackenwert und die MP-Kosten von Eiszaubern. Umgekehrt erhält Umgekehrt erhält ein Taumatog beim Einsatz eines Eiszauers den Effekt von Schatteneis, der die natürliche Regeneration von MP erhöht und die MP-Kosten von eisbasierten Zaubern verringert. Gleichzeitig senkt er den Attackenwert und die MP-Kosten von Feuerzaubern. Mit zunehmender Stufe des Taumatogen erhöht sich die Zeit der Lichtfeuer und Schatteneis-Effekte, die es stapeln lassen. Je größer das Stapel, desto stärker ist der Effekt. Es ist ein Lernen des richtigen Zeitpunktes zum Wechseln zwischen Feuer- und Eiszaubern ist das Schlüssel zum Erfolg in ausgedehnten Kämpfen. Und genau das muss ich erstmal herausfinden, wie das passiert. So, wir haben einen Elementarbalken. Der hat sich das Wissen über Lichtfeuer und Schatteneis-Effekte schlossen. Somit steht er nun auch der Elementarbalken zur Verfügung. Der hier. Feuer und Sauber versetzen sich in den Zustand des Lichtfeuers. Das gierige Feuer verlangt nach mehr MP. Verstärkt eine Feuermagie dafür aber immerhin. Im Gegensatz dazu steht das Schatteneis, das durch Eis-Magie hervorgerufen wird, der MP-Generation enorm beschleunigt. Okay. So, jetzt sollen wir aber einmal hier die Horrors anlegen. und dann Hauskämpfer. Perfekt. So. Ja, so sieht das Stand der Dinge jetzt gerade erstmal aus. Alles andere kommt dann noch nach und nach. Es wird interessant. Du siehst wie eine echte Faustkämpferin ausmädelt. Deine Ausbildung kann beginnen. Als erste Lektion solltest du deine neu gewonnenen Fertigkeiten an dem Ungeziefer in Tana-Land testen. Die Losung erledigen drei Sternen Momehörnchen, drei Riesenhornisse und drei Schnapsspitzenmulle. Starte mir Bericht, wenn die Aufgabe erledigt ist. Und selbstverständlich sollst du die Kreaturen mit den Horrors bekämpfen, die ich dir zuvor gegeben habe. Es ist witzlos, wenn du die Bestien mit einem Speer aufspießt oder mit einem Zauber frittierst. Ja, gut. Hier haben wir auch noch was. Hey du, was guckst du so? Hast du mir was zu sagen? Hä? Nun, dann sag ich mal was. Kennst du die Later? Kennapp bei Kassel Pleite zählt nie seine Schulden zurück. Er zahlt nicht seine Schulden zurück. Ja, der verdammte Hund. Mache mir klar, dass er mir die Kohle ausdrücken soll. Ansonsten werde ich ihm gehörig in den Hintertreten. Wenn ich den kleinen Müsker irgendwo sehe, werde ich das vermutlich trotzdem tun. Also zieh los und sag's ihm. Okay. Ist ja gut. Okay, das wäre direkt hier hinten, ne? Wie sich diese Liste einfach mal so enorm vergrößert hat jetzt. Wie gesagt, wir haben halt hier jetzt halt nur erst mal einen weiß halt, wie es was so in den nächsten Jahren dazu kommt. Ich meine, so ist ja noch eine neue Heiler-Klasse hinzukommen. Ich glaube, eine neue D-Klasse. glaube ich. Bei den Göttern geht es der Göttertreiber ist sehr gut. Ich gebe ihm alles, was ich habe. Ich schwöre bei dem Grab meiner Mutter, aber tut mir nicht. Ich bitte dich. Ich habe kein Geld zur Hand, aber diese glänzenden funkenen Regen ist zwar nicht viel, aber ich erzielt bestimmt einen fantastischen Preis bei der Ehring meiner Mutter. Gott hab sie selig. Nimm ihn. Mein Segen hast du. Mama da drüben vom Osarium. Lass sie einen Blick drauf werfen und hol dir ein paar Geld dafür. Ah, okay. In die Richtung. Und jetzt beginnt halt wieder die Farbe, Berlin, Chris, und so weiter und so. Ne? Ihr wisst schon. Wobei rein theoretisch konnten wir ja auch die Story schon weitermachen. Rein theoretisch. Sag ich grüß, Antorion. Was führt dich ins Aran-C Aranit-Ossarium? Ihr Regen. Nimm. Du möchtest dieses Erbstück für die Later verkaufen? Na schön. Schon tragisch, wenn man zu solch drastischen Maßnahmen greifen muss. So mehr, wenn der fragliche Gegenstand eine Fälschung ist. Und dann auch noch eine so auffällig schlechte gemachte. Schlecht gemachte. Dir ist schon klar, dass diese Schätzungen nicht kostenlos sind, oder? Normalerweise würden wir die Gebühr vom Verkäufererlös abziehen. Aber da dieses Teil hier wertlos ist, schwörst du uns eigentlich was? Aufgrund der äußerst ungewöhnlichen Umstände will ich das aber noch mal durchgehen lassen. Mach dir keine Sorge um den Ring. Den werden wir schon für dich entsorgen. Okay. Jihie, du hatten noch einen Auftrag. Sehr schön. Jetzt kommen wir nicht mehr weg. Achtal, ich weiß, dass du eines Tages meinen geliebten Franz mit offenen Armen empfangen wirst, aber lass es nicht heute sein. Umneid, bitte höre meine... Oder noch besser du. Freundlich Anteulen, es ist zwar nicht recht aufdringlich, eine Fremde anzuflehen, aber bitte höre mich an. Okay. Ich bin die große Bewundererin vom schönen Franz, den fabelhaften den fantastischen den formidalen und doch versöhnlichen und verzeih mir ich habe sogar ein einige poste einfertigen lassen um meine hingabe zum ausdruck zu bringen wollte sie eigentlich in den mauren des kolosseums anbringen aber ich wurde von den zuschauer reing verbannt es gab diesen kleinen zwischenfall bei dem ich vor lauter begeisterung die frau entlassen über die brust und gestoßen habe lol wie auch immer der post die poster es wäre toll wenn du dich mit wo niemand draußen vor dem kolosseum treffen könntest er gibt sie dann die poste und du musst sie nur noch für mich aufhängen logisch das hier kann auch einmal weg du bist also ein fan von franz natürlich bist du das die poste wenn dir gefallen ist schon ein schlauer fuchs dieser franz darum lieben ihn für sein aussehen und seine gegner vergessen bei dem sympathischen gesicht völlig dass er ein kaltblütiger krieger ist er sich mit dem kämpfen seine mahlzeiten verdient das ist natürlich nicht verwerflich ich bewundere ihn selbst ein wenig also zieh los und verbeite die kunde von franz bring die poster so an an den mauern an dass alle sie sehen können wenn du fertig bist schon beim volkan in der gladiaturen geht es vorbei der wird sich dein werk für franz ehrlich vor ja genau das wird er bestimmt so das machen wir es jetzt halt einfach so ein bisschen weiter flyer verteilen auch noch einer und der ist noch einer guck wenn ihr auch ein kleines gut das haben wir fertig dann einmal zum kolosseum und hier kann was abgeben du hast das kolosseum mit postern von franz zugeflastert löblich löblich der schöne franz ist gerade unser bester schokobo im stall wenn du verstehst was ich meine und die poster hatte also ein glühender verehrer von franz anfertigen lassen sehr gut fränische fans die uns die öffentlich öffentlichkeitsarbeit abnehmen kann es gar nicht genug geben eine kleine semi karte vom guten franz natürlich streng limitiert und zu einem gesetzten preis würde unsere unter diesen voraussetzungen sicher ein paar zusätzliche gehen unsere kassen spüren die wir für trainingsgeräte gut gebrauchen können ich werde das für die nächste gildensitzung mal anregen vielen dank für den hinweis gerne wird durch so wir werden jetzt allerdings aber ich hier eine einen kleinen cut machen gut genug wo es am besten passt und wir sehen uns dann hier beim nächsten Video bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020